Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die sich über alles in ihrem Leben völlig im Klaren sind. Ein Narr und ein Fanatiker. Wenn du also verwirrt bist, bist du keiner von diesen beiden, was ein gutes Zeichen ist. Vollidioten und Fanatiker sind sich ihrer Sache immer absolut sicher. Sie wissen, dass sie in den Himmel kommen werden. Ihr einziges Problem ist, dass sie dich mitnehmen wollen. Sie brauchen Gesellschaft. Das ist eine Sache, die sich überall abspielt, vor allem in der westlichen Welt, aber sie ist heute auch im städtischen Indien im großen Stil angekommen. Das heißt, du willst entschlossen sein. Das ist es. Schau, ich überdenke mein Leben ständig, die ganze Zeit. Soll ich als Satguru weitermachen? Oder soll ich Koch werden? Oder soll ich einfach wieder Motorrad fahren? Oder soll ich etwas anderes machen? Oder soll ich Golf spielen? Soll ich irgendetwas machen? Oder soll ich einfach nur faulenzen? Warum nicht? Ich überlege immer, jeden Tag. Und ich entscheide mich immer noch, dass es besser ist, das zu tun. Ja, ich bin nicht entschlossen. Ich bin immer noch am Überlegen. Und genau deshalb ist es wertvoll. Nicht, weil ich vor langer Zeit beschlossen habe, ich habe keine andere Wahl, ich mache immer weiter dasselbe, weil ich darin feststecke. Es liegt in der Natur des Verstandes, dass er nur intelligent und lebendig ist, wenn er jeden Augenblick schaut. Wenn er abgeschlossen und entschieden ist, ist es ein dummer Verstand. Er ist so gut wie ein Holzklotz. Jeden Moment wägt er ab. Nur dann ist es ein aktiver Verstand. Es geht nur darum, dass du diese Wahl triffst. Du musst freudig verwirrt sein. Das ist alles, was ich sage. Die Menschen sind verwirrt und unglücklich, weil sie eine Vorstellung haben, wie sie sein müssen. Sie denken, alle erfolgreichen Menschen sind klar und sie sind entschlossen, sie haben ihre Entscheidungen getroffen. Nein, nur Fanatiker sind so und Narren sind so. Jemand, der erfolgreich ist, hält seine Augen nach allem und jedem offen, richtig? Diese Vorstellung, dass du entschlossen sein musst, ist also eine dumme Idee. Es ist wichtig, dass jeder Moment eine Entscheidung ist. Alles, was du tust, das Leben wird schön, weil es eine enorme Freude ist, weil du das genau jetzt tun willst. Weil ich mich vor zehn Jahren entschieden habe, mache ich es. Wie kannst du Freude an dem haben, was du jetzt gerade tust? Wenn du also jeden Tag morgens aufstehst und nicht weißt, was du tun sollst, ist es eine perfekte Art, aufzustehen. Ja. Das bedeutet nicht, dass du jeden Tag etwas anderes machen wirst. Selbst wenn du die gleiche Sache tust, ist es eine Entscheidung. Dann hält sie dich für alles lebendig, was du tust, weil du es aus einer Entscheidung heraus tust. Die Entscheidung, die du triffst, ist jetzt. Vielleicht hast du in den letzten zehn Jahren zehntausend Mal dieselbe Entscheidung getroffen. Das spielt keine Rolle. Aber jetzt triffst du wieder eine aktive Entscheidung. Das ist sehr wichtig. Nur dann bleibst du dem Leben gegenüber lebendig. Andernfalls wird, ich habe meine Entscheidung getroffen, zu einer Last. Ich habe meine Entscheidung vor lange Zeit getroffen, also muss ich es jetzt tun. Mit dem zu leben, ist ein sehr belastender Prozess. Verwirrung ist also viel besser als dumme Schlussfolgerungen, die Menschen über das Leben machen. Das Einzige ist, dass du lernen musst, die Verwirrung zu genießen. Ja, ich arbeite hart daran, euch zu verwirren. Ja, denn es gibt alle möglichen idiotischen Schlussfolgerungen über das Leben. Alle möglichen dummen Schlussfolgerungen. Schau, für lange Zeit hatten die Menschen die Schlussfolgerung, dass sie in den Himmel kommen werden. In Ordnung? Ich nehme jetzt nur eine problematische Sache, denn die Situation in Afghanistan beunruhigt alle Menschen auf der Welt. Dem Himmel zugewandte Menschen, was sie auf diesem Planeten tun, ist, weil sie in den Himmel kommen, hat, was auf diesem Planeten ist, keinen Wert. Sie kommen sowieso in den Himmel. Jetzt haben sie es also allen vor Augen geführt. Es ist immer so. Es ist nur, dass die Leute es die meiste Zeit nicht sehen. Aber jetzt, aufgrund der geopolitischen Situation, reiben sie es dir unter die Nase. Wir kommen in den Himmel, du gehst nicht, also siehst du, was wir mit dir machen werden. Ich werde jedenfalls nicht in den Himmel gehen. Ich werde nicht mit dir um die Ländereien des Himmels konkurrieren. Du kannst mich in Ruhe lassen. Hallo? Ja, ich gehe nicht in den Himmel. Also, ihr, dem Himmel zugewandten Leute, ihr solltet mich ignorieren, nicht wahr? Aber nein, das könnt ihr nicht. Denn euer Leben wird nicht fliegen, wenn ich lebe. Euer Leben wird nur fliegen, wenn ihr mich loswerdet, nicht wahr? Diese Dinge passieren also, weil die Menschen Schlussfolgerungen haben. Wie sind sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Wer hat ihnen geholfen, diese Schlussfolgerungen zu ziehen? Ich ziehe hier eine sehr esoterische Schlussfolgerung, aber auch im täglichen Leben passiert das. Jemand glaubt, das ist richtig. Nur diese eine dumme Schlussfolgerung. Wie viele Eltern haben ihre Kinder gequält? Hallo? Sie lieben sie, aber sie haben sie gequält, sie haben sie jeden Tag zerstört. Ja oder nein? Sie lieben sie, sie halten sie für ein Licht ihres Lebens, aber jeden Tag tägliche Folter. Weil sie denken, das ist der Weg, das ist der Weg. Warum? Warum kannst du nicht jeden Moment darauf schauen und sehen, was das größte Wohlbefinden für das hier und für alles andere bringt? Warum können wir nicht schauen, was das Problem ist? Wenn du also nicht weißt, wie du diese Entscheidungen treffen sollst, wenn sie dich verwirren, dann ist das Problem, dass es keine Liebe oder Engagement für irgendetwas gibt, okay? Wenn es ein immenses Gefühl der Liebe zu etwas gibt, werden sich diese Dinge von selbst regeln. Schau, du brauchst keine Moral, du brauchst keine Werte, du brauchst keine Ethik. Wenn du bewusst bist, brauchst du nichts von alledem, angenommen, das ist nicht möglich. Das nächstbeste ist, dass du ein tiefes Gefühl der Liebe hast. Wenn du das hast, brauchst du wieder keine Werte, du brauchst keine Ethik, du brauchst nichts. Denn was du liebst, wirst du auf die bestmögliche Weise pflegen. Weil die Leute denken, ich denke, ich sollte euch das vorlesen. Weil die Leute denken, Liebe ist ein rührseliges Gerede, und du weißt schon, der, ich liebe dich, du liebst mich, Unsinn, der überall stattfindet. Nein, es ist ein sehr tiefes Gefühl der Integrität und des Engagements, nicht wahr? Wenn du etwas oder jemanden aufrichtig liebst, besteht demgegenüber ein enormes Gefühl der Integrität. Du wirst nie etwas tun, das dem schadet, was du liebst. Wenn du aufrichtig liebst. Wenn die Liebe ein System des gegenseitigen Vorteils ist, dann ist das eine andere Sache. Liebe ist nicht nur für süße Worte oder zärtliche Berührungen und rührselige Gefühle. Liebe ist der Grundstein für Integrität, Mut und Aufopferung. Wer sonst, als diejenigen, deren Herz von Liebe durchdrungen ist, haben das Wohl anderer über ihr eigenes gestellt? Welche haben sich erhoben gegen Bedrohungen und Gefahren als diejenigen, die der Liebe verschrieben waren? Wer, wenn nicht die Liebenden, waren vollends bereit, alles, was zählt, und sich selbst auf dem Altar der Liebe zu opfern? Liebe, die zarteste und widerstandsfähigste aller menschlichen Wesenszüge. Du musst etwas aufbauen. Wenn du nichts hast, dann wird die Möglichkeit des Verstandes, jeden Moment alles in Erwägung zu ziehen und zu überdenken zu einem schmerzhaften Prozess. Andernfalls wird es ein fantastischer Prozess. Du musst entweder bewusst werden oder zumindest liebevoll. Hallo? Sobald du das hast, wirst du sehen, dass diese tägliche Erwägung nicht schmerzhaft sein wird. Sie wird sehr freudig und wunderbar sein. Musik Untertitelung des ZDF, 2020